Das Angebot an Corona-Schnelltests wird ab Montag massiv ausgebaut und die Ski-WM in Cortina steht bevor und KRONE TV wird auch vor Ort sein, um euch mit den neuesten Infos zu beliefern. Damit Hallihallo bei PUSH am Nachmittag ab ins Wochenende mit uns. Pünktlich zu den ersten Öffnungsschritten ab Montag wird das Angebot an Corona-Schnelltests massiv ausgebaut. Wie Rudolf Anschober und Margarete Schramböck heute bekannt gaben, werden wohl auch Apotheken die Gratis-Antigen-Tests anbieten. Welche genau, wird auf der Homepage der Apothekerkammer zu finden sein. Stück für Stück sollen da immer mehr hinzukommen und somit soll auch die Liste täglich aktualisiert werden. Und ab 15. Februar wird es außerdem für Unternehmen einen Zuschuss von 10 Euro pro Test geben, der im Betrieb gemacht wird. Dafür muss man sich aber vorher bei der Wirtschaftskammer registrieren. Ja und diese Tests sind laut Ministerin Schramböck wohl nicht nur für MitarbeiterInnen, sondern auch deren Angehörige und auch die Menschen in den jeweiligen Gemeinden. Derzeit besonders oft in den Schlagzeilen ist ja das Bundesland Tirol. Sowohl dort als auch in Südtirol breitet sich das Coronavirus mitsamt Mutationen rasant aus. Deswegen wird zumindest mal Südtirol ab Montag wieder in einen harten Lockdown gehen, der vorerst mal für drei Wochen gilt. Die Wohnsitzgemeinden können dann nur noch aus Arbeits- oder Gesundheitsgründen verlassen werden, beziehungsweise wenn es halt dringend notwendig ist. In den vergangenen 24 Stunden allein wurden dort 747 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Und auch in Tirol stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Alle Infos von dort werden laufend auf krone.at aktualisiert. 185 SchauspielerInnen haben in der neuesten Ausgabe des Magazins der Süddeutschen Zeitung ein gemeinsames Manifest unterzeichnet, mit dem sie eine neue Debatte anstoßen wollen. Bislang konnten sie nämlich in ihrem Privatleben nicht offen genug mit ihrer sexuellen Orientierung oder Identität umgehen, ohne dann auch berufliche Konsequenzen zu fürchten. Die Forderung ist hier, dass Diversität zum Beispiel auch von Filmschaffenden stärker sichtbar gemacht wird. Das Coming-out in der Familie beziehungsweise in ihrem privaten Umfeld, das haben sie zwar schon hinter sich, aber in ihrem Beruf beziehungsweise in der Öffentlichkeit sind sie noch immer nicht sichtbar, weil immer erstmal angenommen wird, dass jeder einfach der Norm entspricht. Und damit soll jetzt Schluss sein. In der Hoffnung, als Gruppe etwas wirklich verändern zu können, haben sie sich deshalb zusammengetan. Schon vor der Ski-WM in Cortina steht fest, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel wird sich nicht nach Italien begeben. Zu groß sei dem 79-Jährigen das Risiko, da er noch keine Covid-Impfung erhalten hat. Trotzdem hat er hohe Erwartungen an sein Team. Speziell von den Herren ist einiges zu erwarten. Die Ära nach Marcel Hirscher hat stockend begonnen, die kürzlich eingefahrenen Resultate können sich aber mehr als sehen lassen. Bei den Damen ist man aus der bisherigen Saison nicht wirklich schlau geworden. Trotzdem sind Medaillen absolut in Reichweite. Sechs bis acht Medaillen sollen es bei der Weltmeisterschaft werden. Ab Montag starten die Rennen und auf KRONE TV gibt es täglich eine Sendung, direkt vom Austragungsort. Wir kommen zu einer Wahnsinnsgeschichte. Vor acht Jahren wurde ihm gesagt, dass er nie wieder laufen würde, nachdem ein Hirntumor ihn ab der Hüfte herab lähmte. Jetzt will der 36-jährige Simon Kindly-Sides 180 Kilometer gehen, um für das National Health Service, also dem staatlichen Gesundheitssystem in Großbritannien und Nordirland, Spenden zu sammeln. Das Ganze will er mithilfe eines Exoskeletts machen, mit dem er schon erfolgreich die ersten Schritte meistern konnte. Und das ist nicht die erste Wahnsinnsaufgabe, die er sich vornimmt. Er hat nämlich bereits den Londoner Marathon beendet, als allererste gelähmte Person. Eigentlich wollte er sich das Exoskelett selbst kaufen und anhand von Spenden-Events finanzieren. Nachdem er aber den Marathon beendete und demnach von diversen Medien dazu interviewt wurde, hat er dieses von einem anonymen Wohltäter einfach geschenkt bekommen. Also ihr seht, es gibt immer noch gute Menschen da draußen. Ikea, unser Freund und Helfer in Sachen Einrichtung. Alles Mögliche kann man im schwedischen Möbelhaus finden, sogar Möbel für Gamer. Gemeinsam mit der Marke Republic of Gamers von ACES bringt das schwedische Möbelhaus jetzt nämlich eine ganz eigene Kollektion mit Möbeln und allem Zubehör für Gamer heraus. Besonders gerichtet an PC-SpielerInnen sollen die Bedürfnisse der KundInnen mit den mehr als 30 neuen Produkten jetzt gestillt werden. Na dann, frohes Zocken alle zusammen. Einen schönen Feierabend wünsche ich euch allen. Wir sind ab Montag wieder wie gewohnt für euch da. Bis dahin, genießt das Wochenende. Beミah. Auf Wiedersehen. Be freil Industrial.